So, willkommen zurück zu Sieve Simulator. Ich würde jetzt gern hier in der 107 nach dem rechten schauen. Er hat ja gesehen, dass ich an dem Schloss war. Scheiße, der dreht ja wieder um. Das ist ja frech. Ich soll ein paar Weingläser kaputt machen und ein Fenster im zweiten Stock einschlagen. So. Die Weingläser sind hier. Dann nehmen wir noch das Radio mit. Sonst noch irgendwas hier. Nichts zu sehen. Fenster im zweiten Stock einschlagen. Da, da, da. Erstmal eine Mikrowelle reinstecken. Pfanne nehmen wir heute mal nicht mit. Oh, da unten, das sieht doch aus nach einem Router. Smartphone. Ein Bild. Komm, noch ein Bild. Vase. Irgendein Hausfriedensbruch. Was, was, was. Aufgabe erledigt. So, und jetzt schnell raus hier. Gitarre. Mist, da kommt jemand. Verstecken, 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 verstecken. So, bitte, 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 bitte. Liebe Polizei. Findet mich nicht. Oh, scheiße, 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 scheiße. Geh weg, geh weg, Polizist. Ich hatte echt zu lange gebraucht. So. Komm, komm, komm. Verzieht euch. Gut, Pony-Zeit zieht sich zurück. Mein Rucksack ist eh wieder voll. Von daher. Komm, haut jetzt endlich ab. Die ist noch hartnäckig. So. Raus. Mein Auto steht da vorn. In aller Ruhe zum Auto laufen. Und... Erstmal weg hier. Ei, 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 ei. Oh, ich habe das Gefühl, wir werden besser als ein Brescher. Oder als Dieb. findhaus. Okay. Die ist jetzt nicht so überragend. Welcome back. So, wir haben schon wieder ein Radio, eine Mikrowelle, äh, roter, Smartphone und ein bisschen kleinen Scheiß. 1400 Dollar in der Tasche. Erstmal nach Hause. Schauen wir mal, was gibt es für neue Aufträge. Teller kaputt machen, die Millers. Und Spüle kaputt machen. Ähm, ja. Der 106. Gibt es für die 106 Informationen noch? Nein. 106. Sie lassen das Fenster an der Rückseite des Hauses offen. Okay. Von 12 bis 2 ist niemand zu Hause. Sie haben ein teures Gemälde gekauft. Es gibt ein Tresor mit Geld. Okay. 12 bis 2. Das klingt doch schon mal gut. 106. 12 bis 2. Mist, das ist schon wieder. Ach, Quatsch, das wollte ich nicht. Ich wollte hier wieder schlafen. 106, 106. Komm, schnell, 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 schnell. Das ist alles unsere Zeit, die verloren geht. 106. 104, 109, 107, 103, 106. Da. Ist ein Parkplatz. Naja, gut. Kommen Sie raus, steigen. Wird schon passen, wir stehen scheiße. Die lassen das Fenster hinten immer offen. Kommen Sie mal hinten rein. Wie komme ich jetzt hinten rein? So ein blöder Witz, oder? Ich muss vorn rein. Nur noch eine Dreiviertelstunde Zeit hier. Nächstes Mal muss ich eine Stunde eher losfahren. So, was war Spüle kaputt machen? Wo ist denn hier eine Spüle? Oh, teures Bild. Okay. Okay. Nächstes reicht von der Zeit nicht. Scheiße Greifte das Fen- nicht, nicht reinklettern Oh Gott Raus Wo verstecken wir uns denn? Scheiße, Scheiße, Scheiße Mist 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 Mist, wo kann ich mich verstecken? Shit, das lief ja sowas von schlecht. So, niemand sieht mich, oder? Scheiße Checkpoint neu laden Okay, 106, es ist 12 Uhr 30. Schnell rein Öffnen Erstmal zu und erstmal hoch Einstecken Einstecken Aufgabe erledigt So, was war noch? Irgendwas mit der Spüle? Teures? Ihre Spüle kaputt machen So Quatsch Tresor Tresor mit Beute Ja Shit Kaffeemaschine Topf Mikrowelle Wie viel ist es? Oh Gott, oh Gott Wo ist das blöde Bild? Jetzt schnell raus Schnell raus Schnell raus Schnell raus Tresor haben wir leider nicht Schnell raus Schnell raus Ich weiß nicht warum die Polizei kommt Wahrscheinlich weil es zwei ist und die Frau nach Hause gekommen ist Ein C wenigstens Tür auf Willkommen da Hi Wie sieht es aus? Bild verkaufen Ähm, 11, 11 Ja Kaffeemaschine Mikrowelle und schließen Damit haben wir wieder 2222 Dollar über Hinweise hatten wir jetzt nahezu alle zu den Gebäuden Rented Truck Äh 105, was gibt es da? Toilette? Fernseher stehlen oder zerstören Hm Hm Forum Keine Hinweise mehr verfügbar Was gibt es denn für neue Sachen für mich? Ein Fernglas hätte ich Ok Mikrokamera Habe ich ein Fernglas oder? Bin ich jetzt blöd? Glasschneider Brechstange Ich hab noch kein Fernglas Wieso? Möchte ich eins kaufen Ehm Elektronik Stufe 1 Ehm Ach, kann ich noch nicht? ja auch nichts ok info fernklaas kriegs lot kommt dann nehmen wir noch auftrag für die 105 an toilette kaputt machen und fernsehen zerstören oder stehlen skills gab es jetzt keine neuen punkte nein dann würde ich sagen ich beende hier auch schon mal wieder diese folge tschüss und schau bis zum nächsten mal bye bye